Der ist natürlich auch am Anschluss, aber das ist eigentlich nicht. War weiter voll. Und dann, wenn er sich nicht so zu spät hat, dann rechts. Wie? Rechts! Links! Okay, ich hab aus dem Fall schwingen. Entschuldigung, das war jetzt gar kein Licht. Nicht so zu lang. So, das war jetzt... Ja, lustig. Jetzt war eine 500 Meter auf der Straße. Wir müssen mal nach links. Was zum Geier hat, wo ich dann Wacher war. Ja, der Wacher war! Wir hatten keine. Weiß ich nicht. Ich geh jetzt so weg. Der Punkt war, dass ich nicht schreibe. Tja, also... Was werden wir bei den ersten 50 Kilometer nachfahren? Frag den Wappen, ob wir noch Scheinwerfer auf dem Dach haben. Ja. Haben wir noch Scheinwerfer auf dem Dach? Ja. Ja, vier Stück sind... Geil, hat gehalten! Wir haben voll den Baum zerlegt. Tschüss! Oh, hat gehalten! Wer hat der Zuschauer, das ist Maßarbeit und Wertarbeit bei FNG Customs. Wir kommen jetzt. Wir fallen aus. Und wir treiben den Kreisweg hier rein. Rechts? Ja, hier. Genau. Und dann... Hier bei einem vorbei, rechts. Na gut, lass ihn. Aber fair. Boah, der hat das abgehalten. Geil, oh Mann. Ohne wären die alle weggehalten. Sicher? Das hat ja vor allem hier voll geknallt. Na gut, ich hab ein Stück Ast hier runtergefallen sehen. Ja, das Astkabel hat aber auch Kabel gemacht. Noch nix. Oh, voll untergegengeknallt. Ist die Lupe noch da? Ja. So, jetzt fangen wir gerade aus. Dann fangen wir gerade aus. Dann fangen wir gerade an. Aber ich muss jetzt. Nächstes Punkt. Was, du wirst ja fixen. Nee, wirst du auch nicht dran. Wir können nur versteckt sein. Das ist jetzt letzte Mal. Das wird schon lange gewesen sein. Ich bin echt schlimm.